hallo christian du warst ja auch schon mal da auf der alberg oder morgen sag einfach mal ich mache jetzt gerade video sag mal vielleicht ja genau nicht ganz ganz nach unten ja genau wenn du dich vielleicht noch mal drehst und wie gefilziert wie es gemacht ist ja ja vorher waren ein bisschen kürzer deine haare und jetzt sind sie optimal lang als 10 bis 15 cm und darum habe gesagt ja wir machen den muster aber so schön dann viel spaß freunde deine blackie in deine whitey viel spaß